Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Roars mit mir, dem Torben, dem Tobi und dem Flori wieder auf dem Map fort, weil wir ja abwechslungsreich spielen. Diesmal habe ich beschlossen, einfach direkt Action, einfach durchrushen. Flori, los geht's, ohne wesentliches Campen, einfach direkt. Flo, jetzt hol dir keine Quip, also. Naja, ich... Einfach, einfach direkt durch, Flo. Ja, der Flori checkt das nicht. Komplett rushen. Ich hab mir eben nen Dings gegoogelt, nen Schwert. Komplett rushen. Flugtorben, so baut man sich hoch. Ähm, nicht hochbauen, einfach durch. Schnell wie möglich da sein. Ich darf doch, Flo, checkt das nicht. Und einfach durchrushen. Direkt... Ist aber langweilig. Nein, nein, das ist gerade spannend. Actionreich. Also, eigentlich nicht so, dass... Nicht so wie vorhin, nur Campen. Nicht so, dass... Was hat der denn für ne Range? Nicht so, du bist ein Opfer. Nicht so das, was wir eigentlich spielen. So, den mit Gold hatte ich von Gelb. Ähm, aber... Willst du direkt zu... Ne, da ist ja noch ein Gelber, Torben. Ja, aber einen Gelb, den mit Gold hatte ich. Hab ihn, hab ihn noch kein Easy. Ich geh jetzt zu Gelb direkt. Also zu 4000 Abos. Nein, nein. Also sag mal, spinnst du eigentlich, wir haben 4400. So. Ich hab das Bett von Gelb. Alles Ease. Easy peasy. Äh, Torben, bist du das da oben? Ja, okay. Ja, ich muss mich ja denen anpassen, ne? Sonst machen... Die sehen mich gar nicht. Das ist natürlich auch dumm von denen. Nein! Oh nein! Wie kann ich denn sagen, das ist dumm von denen? Ich fliege einfach runter. Nein! Das ist witzig. Ne, das ist schon nicht mehr witzig. Oh, der Chiller, der Typ. Er fragt einfach so was. Nice, hab ihn abonniert. Ja, deswegen. Den Tobi, uns nicht, Flo. Leider. Florie, da oben steht übrigens ein... Alter, wie creepy. Flori, was tust du denn? So, mein Gott, ich hab gleich... So, nächster Versuch, Tobi. Diesmal schaffe ich das. Ja. Flo, mal einfach nicht bei unserer Zeit. Der Gründe steht einfach auf dem Baum. Flori, jetzt... Da kommt seine eigene Glück da, ne? Weil Team-Spiel ist das ja sowieso nicht, denkt sich, Flo. Das ist einfach... Geil! Ich bin mit elf Gold geschraubt. Ja, du bist so ein Spasti, Alter. Du kannst einfach nichts. Ja, du meintest, ich soll dir helfen. Ah, den hab ich trotzdem gut gekommentiert. Ne, das hab ich nie gesagt. Ich hab nur gesagt, da ist ein Equipter. Hallo, er baut sich hoch. Torben, wir sind tot, wenn du keinen Bogen hast. Ähm, hab ich offiziell nicht. Der ist da. Kick, 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 kick. Der war mit einem Schlag... Der war mit einem Schlag mit einer Spitzer getotet. Der wäre einfach alleine runtergefallen. Und dann gehe ich ihm auf den... Lol, Alter, was hat er für eine Range? Kick, Achtung, da kommt einer. Vorsicht, der hat eine Überrange. What the fuck? Okay, er ist tot. Wieder durch die Spitzhacke des Todes gestorben. Ja, die hat schon viele gute Leute auf dem Gewissen. Aber der hatte echt eine Riesenrange, ey. Ich glaub, der hatte mich am Anfang auch schon getötet. Mich hat er auch einmal erwischt. Da hatte der jetzt so eine Riesenrange. Riesen, 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 Riesen. So, diesmal werde ich jetzt aber das Bett von Team Grün kaputt machen, weil... ...die bestimmt nochmal gefährlich werden sonst. Team Grün ist eigentlich ja nie so gefährlich. Boah, wer hat denn hier diese Scheiße mit dem Weg gemacht? Was? Das war der Gegner, den du nicht abwehren konntest, heute zu schlecht warst. Oh, ich hasse Leute. Mein Gott. Du hast Leute. Ich hasse auch ganz viele Leute, Flo. Ne, die mit dem Stick umgehen können. Oh, 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 die Map ist cool. Man kann eventuell... Ich muss einmal was bei unserer Base ausprobieren. Eventuell kann man, wenn man hier runterfällt... Tom, wann kommt das? Drei Tage? Nein, nein, nein. Ähm, ja. Drei Tage. Kann man nicht. Voll am Vorproduzieren. Wir begrüßen dich, mein lieber Freund. Wie heißt... Wie heißt denn du? Der Keyboard Keith. Das ist ja ein ziemlich cooler Name. Ich glaube, den mache ich mir jetzt auch. Einer kommt übrigens, ne? Wollte ich nur so am Rande erwähnen. Der Crafting Killer HD ist das aber. So viel zum Thema durchrushen, ne? Oh, blau, nerf. Lass ihn doch jetzt mal runterfallen. Ich stehe in der Wartungshaltung. Ah! Leute, hier ist ein grüner. Hä, wir nehmen jedes Video. Egal ob wir gewinnen, wir gewinnen halt immer. Wir gewinnen, eh. Achtung, ich glaube, einer kommt wieder. Ups. Ja, ein blauer. Oh, oh, oh. Kriege ich denn? Ein grüner. Tobi, stay kurz in der... Ja. Bleib kurz in der Bane. Da ist es da oben, ne? Weil es ist nicht gecheckt, das ist zwei grünen. Ein blauer. Tobi, bleib kurz in der Base, ja? Oh, Rory, wo willst du hin? Bist du hin? Ich dachte, ich hätte hier keine Hilfe, ach, das war der Keyboard hinter uns. Nein, es ist so richtig gut gemacht. Ich hole mir bleibt du und damit. Ich habe mal kurz den Weg von der Base von Team Grün modifiziert ein bisschen. Ja, bist du da tot? Ja, okay. Florideck Grün. Aber, äh... De Grün. Ich hab den doch. Da oben noch einer auf dem Baum. Wie ihr seht, habe ich unten einen Weg lang gebaut zu denen auch noch. Ich weiß, ob ich... Den aber... Mittellicht Gold. Ich würde mir jetzt gern den besten Brunen... Nein, noch nicht. So, und jetzt komme ich nochmal von oben. Ja, Moment. Ich versuch's jetzt nochmal. Der Grüne kommt, ist bei Team Blau. Ich bin jetzt bei Team Blau. Ach, du... Ja, da hinten kommt er noch ein Grüner. Ja, Tobi, jetzt hat er jetzt ein Grüner. Ich weiß nicht, ob der... Mann, Torben, echt... Hat dich ein bisschen mehr unter Kontrolle, ja? Wenn du deine... Deine Finger drückst. Drückst deine Finger beim Zocken. Äh, mach das... Hallo, ich brauche euch. Ich brauche euch. Ich habe alle gekillt. Wir können nicht. Wir sind zwei Grüne wieder auf ihrem Bäumchen. Boah, kann mal einer bei Grün gleich den Weg da oben machen? Ich komme, ich komme. Ich versuch's einfach. Ähm, Flo, du musst jetzt echt aufpassen, ne? Ach, da kommt noch einer. Da kommt auch noch ein Blauer, oh Gott. Ich hole mir einen Bogen, ich hole mir einen Bogen. Jetzt kommt auch noch ein Blauer. Nein, ich brauche ein Gold, ein Gold, ein Gold, ein Gold. Da. Danke. Ja, ich renne zurück. Ich habe übrigens 20 Gold, das wäre ziemlich... Bitte, ich glaube, ich habe das Bett. Nice, das wäre cool. Das wäre mal wieder ein Zeichen, hätten wir da mal wieder gesetzt. Nice. Äh, Tom, da kommt ein Grüner. Der ist da oben auf dem Baum, ich sehe den. Ja, eben. Hab ihn einmal. Geh mal wieder zurück, kurz. Zweimal, tot. Ähm. Ja. So, Eisenschwert und bester Bogen. Also, Leute, ihr könnt natürlich auch in so einer Clan-Varität, ne? Wir bessern nämlich immer die Statistiken des Clans auf. Nein. War nur ein Witz. Äh, ein Blauer kommt, ein Blauer kommt, ein Blauer kommt. Ihr alle seid einfach auch so mega krass im Bad Wars, das... Hallo? Kriegt das mal bitte hier. Das ist doch jetzt. Das ist doch jetzt. Yo, Leute, ich habe den Back, ich bin eingesperrt. Ich bin Blauer. Das ist lustig. Pass auf, Flo, ein Blauer, ein Blauer, ein Blauer. Fuck, Tom. Boah. Also, der Grüne hat Gold. Den müssen wir kicken. Allein meine Waffen werden... Den müssen wir kicken. Ja, ich habe ihn. Ach, der hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, Junge. Ja, trotzdem. Der Chris Lukas. Das kann gefährlich werden. Aber guck mal, die hat seine drei Gold hier hingeworfen, der Schwänge. Der hat sich... Der Schwänge. Ja, der hätte sich... Moment, stopp. Ich will mal schauen. Schaut danach. Nö. Wutter nicht, okay. So, ich hole mir jetzt einen alten Schwert. Oh, ich habe wohl Panisch auf dem Boden. Äh, Bogen. Okay. Ja, wollen wir... Kommen, wir gehen. Ja, warte, 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 warte. Ja, ich gehe schon mal. Ja, nee, der Aufnehmerer muss mitkommen. Ja, ich brauche Spam. Ach, guck mal, da will sich einer zu uns bauen, der ist runter. Und wir haben alle keine Kunden mehr. Scheiß auf eine Chatsplank. Nein! Mann, diese Rückstoßsticks, ey. Äh, Tobi, da kommt zwei von Grün. Scheiße, neu XZ Gold hinüber. Ach, die sind unten. Ne, habe es keinen mehr bekommen, leider. Mann. Ach, egal, ich bin doch da. So, lass mal zu dem, Tobi. Komm, lass mal zu dem. Das wäre ja echt langweilig, ne, wenn ihr mich nicht hättet. Tom, lass mich doch voll. So, das ist auch Bogen. Ja, ja. Weckt ihr euch wieder die, die ich die ganze Zeit tot gemacht habe, ne? Achtung. Kein Ding. Ich habe den gekillt. Hä, hä. Ich brauche... Wer schnetzelt, alles klar. Warte, ich will auch noch kommen. Ey, kommt jetzt. Ist aber auch mal gut hier, ne? Die geben... Äh, einer kommt, Flo. Ja, warte, Tobi, den hole ich mir. Ne, den hole ich mir, den hole ich mir. Oh Gott. Die haben Schwerter irgendwo in der Kiste. Ja, die musst du... Oh Mann. Musst du eben mal leer machen, die Kisten. Ja, ich weiß, aber... Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt... Oh, Keyboard Geist ist tot. Ja, den hat... Ach, dieser Felix Reckel, ne? Also, einer kommt da zu uns, ne? Der ist tot. Und der andere läuft zu können. Ja, den hole ich mir. Ja, wie gesagt, mein lieber Keyboard. No, der ist runtergefallen. Warum? Oh, jetzt habe ich bei uns GG geschrieben. Ja, das freut mich doch auch. GG. Ja, Leute. Neun Minuten 13. Das war wieder schneller. Ja, ähm... Ist aus wie X, aber egal. Neun Minuten fünf, Alter. Äh, Video... Achso, ja, keine Ahnung. Ich habe das ja aufgenommen, neun Minuten 22 hier. Und, ähm, ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine Post-Bewertung da. Ähm... Falls ihr sonst noch... Hä? Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Ähm... Wir sehen uns einfach morgen wieder. Bis dahin. Haut da rein. Haut da rein. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.